Wir sind auch schon bei Woche 7 angelangt und zwar ist es diesmal sogar richtig einfach und zwar ist es bei Wailing Woods im Labyrinth auf der, ihr kommt drauf an auf welcher Seite jetzt kommt, aber auf der Gegenüberseite von Wailing Woods, da sind vier Bäume und zwar seht ihr es jetzt auf der Map wo und zwar da wo es länger ist, also da wo die Bäume länger lang gezogen werden, auf der Seite müsst ihr ganz einfach landen, seht ihr ja gerade jetzt und ich hoffe ich habe euch wieder geholfen und ciao. Bis zum nächsten Mal.